Achso, warte mal, ich will mich entspannen, das machen wir jetzt mit Möbeln. Der Wow-Effekt für das, Entschuldigung. Wir wissen ja, bei uns ist alles möglich. Ich bin bestimmt nicht perfekt, unsere Möbeln allerdings schon. Schauen Sie vorbei, im neuen Einrichtungshaus Schreiner. Einrichtungshaus Schreiner, direkt an der A92, Ausfahrt Wallersdorf-Nord.